so viele würden jetzt sagen rarität ich sage jetzt mal alter böller von keller china b anfang 90 mit grauer lunte die sind nicht sonderlich laut aber schnipseln wenigstens handlung ist in ordnung graue lunte vorne zugekrempelt dann wollen wir uns die mal ansehen nummer eins ja ja schmort noch ja ganz ok zweiten man beachte übrigens dieses riesige feuerzeug so groß wie ein superballer 2 glaube ich von der länge her der war sehr dumpf also bei mir kommt da nicht so richtig nostalgie bei raus ich war da natürlich auch erst vier oder fünf jahre alt als die aktuell waren es gibt auf jeden fall auch mehr oder weniger verpuff aber trotzdem laut es gibt natürlich bessere noch aus dieser zeit und die zeige ich euch gleich und zwar wiko a böller aus den anfang 90ern bis gleich aus ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020